Volleyball Frauenvolleyballmeister SSC Palmberg Schweren hat auch sein zweites Spiel der Bundesliga-Saison gewonnen. Die Mecklenburgerinnen setzten sich am Mittwochabend mit 3.1, 25.19, 19.25, 25.20, 25.23, bei den Roten Raben Wilsby Burg durch. Ich bin heilfroh, dass wir hier gewonnen haben. Vor allem aber bin ich damit zufrieden, wie meine Mannschaft sich auch durch schwere Phasen dieses Spiels gekämpft hat. Wilsby Burg hat uns immer wieder mächtig unter Druck gesetzt, sagte Trainer Felix Kusloschi. Dabei musste der 33-Jährigen nach einem deutlich dominierten ersten Durchgang mit ansehen, wie sein Team das Spiel im Anschluss komplett aus der Hand gab. Erst im dritten Satz fanden die Mecklenburgerinnen vor 1541 Zuschauern Stück für Stück zurück in eine spannende und umkämpfte, aber nur phasenweise hochklassige Begegnung. Für Denise Henke hatte Kusloschi zu diesem Zeitpunkt den finnischen Neuzugang Geiser Alanko auf der Zuspielposition eingewechselt, für die im ersten Satz noch überragende, aber in der Folge wirkungslose ungarische Angreiferin Gretas Zagmari kam später die serbische Nationalspielerin Jelena Oluik ins Spiel. Nach einem hart umkämpften vierten Durchgang mit weiterhin vielen Unkonzentriertheiten und Abstimmungsfehlern beim SSC war es dann die deutsche Nationalspielerin Luisa Lippmann, die nach 109 Spielminuten den dritten Matchball für den ersten Auswärtserfolg des Meisters und Supercup-Gewinners verwandelte.